Ja, diesmal hat Robert einen im Clinch. Wollen wir mal gucken, was das wird. Wo er dann hochkommt, da geht er weg. Und da kommt er schon. Jawohl, und die Kamera ist nass, sehr schön. Ja, Robert war schon am Verzweifeln. Ich habe doch ein bisschen die Führung gehabt, aber jetzt legt Robert doch wieder nach. Oh, den großen Gummi, voll reingepfiffen. Jetzt setzt Herr Hash zum Landemanöver an. Jo, Petri. Hätte ich mal nicht so gesagt. Sehr schön. Schau mal her, wie hat er ihn weggenommen? Einmal den 60, 70 Gramm Kopf. Machen wir den Maul auf, ich sehe das nicht. Und Pink. Sehr schön. Schlapper Schwanz. Ah, ein Shaker. Ja. Sehr shaked. Sehr schön. Ja, cool.